Hey Freunde, wir wollen euch mal in die Haustür einladen und zeigen, was wir in den letzten Monaten hier aufgebaut haben und zeigen, wo wir spielen und so weiter. Wir haben Besuch. Hey, das ist unser Coach Alex Kakao und wir beide zeigen euch gleich erstmal unsere Zimmer, dann kommen wir gleich in den Hauptbereich, aber kommt einfach erstmal mit nach oben. Ein sehr gutes Bild von Joe, wie ich finde. Wir gehen aber mal rein und gucken, was abgeht. Er schläft schon wieder. Joe, ist wie lange deine Zeit, man? Eine Stunde. Ja, komm jetzt, man. Das ist nur gleich vor Anfang. Oh, was kam denn da Wunderschönes auf mich geflogen? Oh, es ist das neue Big Maus Pad. Wow, das musste ich noch haben. Danke, Joe. Schlaf weiter durch. Dein Zimmer vielleicht. Das zweite Zimmer kommt. Nicht wie ich mag. Und cool ist, dass die Schüter drauf sind. Aber sonst könnt ihr auch mal bei mir reinkommen. Es ist noch nicht sehr eingerichtet. Wir müssen noch ein bisschen einrichten. Okay, also das Coole bei uns ist, dass wir alle noch einen Balkon haben. Und wir könnten jetzt zum Beispiel hier auch auf den Balkon rausgehen. Und das zweite Zimmer ist eben rechts daneben und der könnte auch auf den Balkon rausgehen. Und die anderen zwei Zimmer haben auch nochmal einen Balkon. Ich mache jetzt weiter. Wie ihr gesehen habt, sind alle Fotos auch von Leipzig. Gucken wir einfach mal rein. Kevin ist leider nicht in seinem Zimmer, glaube ich. Aber ja, so sieht es ungefähr aus. Die Zimmer sind eigentlich recht cool. Alle größer, als wir es uns erhofft haben oder geglaubt haben. Das nächste Zimmer ist Nikos Zimmer. Er ist meiste Zeit in diesem Raum und verbringt eigentlich, ich glaube, 90 Prozent seines Lebens dort. Gucken wir mal rein. Normalerweise ist er da immer halt. Gehen wir weiter im Yardoszimmer. Auch ein sehr cooles Foto, wie ich finde. Ah, Nico, du bist hier. Ich dachte, du wärst in deinem Zimmer gewesen. Also hier ist eigentlich so unser Hauptraum, wenn wir mal chillen. Auch auf dem Balkon verbringen wir die meiste Zeit. Und da wir nur sechs Zimmer haben, glaube ich, schläft Nikos so lange im Zimmer von Yardosz. Und ja, ich denke, die haben kein Problem damit, denen ist eh egal. Aber ja, bis es halt, Nico bekommt bald eine neue Wohnung für sich. Wir gehen mal runter wieder, Jungs. Sorry, dass wir gestört haben. Ich zeige euch nochmal mein Zimmer. Das ist hier. Ich finde ein cooles Foto. Wie gesagt, Leipzig, ein geiles Event. Werden wir nie vergessen. Ja, mein Zimmer ist so ähnlich wie Yardoszins. Da schläft manchmal jemand, der einfach zu Besuch ist oder unser Manager. Wie auch Alex schon gesagt hat, wir verbringen nicht so viel Zeit hier in unseren eigenen Zimmern. Aber es ist ein cooler Ruktut dort, wenn man mal vielleicht telefonieren will oder chillen will. Also was wir eben noch haben, wir hatten oben noch ein Bad. Und wir haben hier noch ein Bad. Das können wir euch auch ganz kurz zeigen. Wir haben auch eine Badewanne oben, was ziemlich cool ist. Aber da müssen wir auch erst alles einrichten. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, unser Bad. Wir gehen weiter zur Küche. Interessant. Es gibt alles andere Sachen. Unsere Küche ist relativ gut ausgefallen. Wir haben hier unseren Geschirrstühler, den wir 24-7 benutzen müssen, weil wir zu 6 sind und eben alles immer wieder aufräumen müssen. Heute sieht es mal gut aus. Normalerweise sieht es nicht so schön aus. Und ja, wir haben eine ziemlich große Küche. Normalerweise ist der voll mit Süßigkeiten. Diesmal auch ein bisschen Essen. Abends, manchmal wenn die Jungs baul sind, bin ich meistens hier und mache uns so ein bisschen Sandwiches und so. Und mache dann immer hier auf. Und frage immer, wer möchte einen? Er ist schon da. Also da frage ich immer, wer möchte ein Sandwiches? Jungs, wollt ihr Sandwiches? Ich steine mir. Ich steine mir? Okay, alles klar. Dann weiß ich mal Bescheid. Machen wir hier die Sandwiches für die Jungs. Meistens mit Zujung. Da stimmt das Klischee. Und ja, außer einfach unsere Küche. Da verbringen wir halt manchmal abends Zeit, wenn wir mal zusammen was backen oder kochen. Kommt selten vor natürlich, aber ja. Jetzt kommt eigentlich das interessanteste Zimmer. Das ist eigentlich das, was ihn interessiert. Hier verbringen wir die meiste Zeit. Chillen, gucken vielleicht ein bisschen Family Guy oder was anderes halt. Und ja, hier werden die wichtigen Spiele gewonnen, die wichtigen Spiele verloren. Ja, hier chillen wir manchmal, essen zusammen und so weiter. Ja, Play-Z wird oft gezockt. FIFA wird sehr viel gespielt von den Jungs. Und wir gucken ab und zu auch mal eine Demo. Das wird ein bisschen gelacht. Interessant. Naja, so läuft es meistens ab. Ja, und unsere PCs haben wir auch mal bekommen. Von XMG sind sehr stark. Und ja, wir haben hier mal aufgebaut und spielen jetzt immer wieder mit. Und es läuft wirklich einsame Spitze. Da steht auch ab und zu unser Pokal auf meinem Platz oben. Ja, also hier haben wir einfach unseren coolsten Raum und ja, besten Platz. Da steht meistens so was wie ein Stundenplan, dass jeder noch mal gucken kann. Hier, wir mussten noch mal ein paar Sachen machen, bevor ihr uns besucht natürlich. So sieht es nicht immer aus. Wir wollen niemanden anliegen. Manchmal kommen komische Gesichter auch drauf, aber niemand hat diese Leute gesehen, die das gemalt haben, deswegen. Musik Meistens besprechen wir so nach unseren Trainings auch nochmal unsere Spiele. Alex macht da meistens so auf dem großen Fernseher irgendwas dran. Eine unserer Spiele-Demos. Dann gehen wir meistens so nach vorne und legen uns so hin und lassen uns von unserem Coach die Informationen geben, die wir brauchen. Trinken brauchen wir. Dann hoffen wir immer, dass jemand aufsteht. Sondern hey, bring das und das mit. Ey Nico, bitte bring mal was kalt zum Trinken. Boah, nice. Stark. Das war krass. Wir gehen in den Ausland und streiten sie mal eine zweite Runde, oder? Ne, die verlieren wir. Natürlich. Das war unsere Haustour und nach dem PCV sind wir meistens ein bisschen auf dem Balkon draußen chillend. Wenn wir so eine Chance haben wie heute, nehmen wir das schöne Wetter manchmal schon mit. Bis zum nächsten Mal.